Und damit willkommen zurück zu einer anderen Folge Let's Play Star Wars Jedi Survive und ja wir sind zurück auf dem Planeten Kubur gelandet wo wir den Kompass für den Planeten Tenelor irgendwie herstellen wollen bzw finden wollen und wir sind angekommen mit der Nachricht dass die gute sie leider von den Raiders entführt ist oder von den Lucree wenn ich kurz gucken rette sie aus dem Lucree Hulk sie wurde getroidnappt Kel und Boot entschließen sich Rettungsmission zu unternehmen die mitten in die Basis der Badland Raiders führt genau genau und das werden wir jetzt machen und wir haben auch in den letzten Folgen neue Fähigkeiten gelernt die wir allerdings so jetzt noch nicht perfekt nutzen können weil uns eben wie immer noch was fehlt aber zumindest können wir uns jetzt erst mal auf den Weg machen mal kurz gucken was da irgendwas ah ouch okay nein 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 Nein, bitte nicht. So, was haben wir hier schönes? Sehr gut, da kann man ja bald alle CDs kaufen. Bei Doma. Damit mir die komplette Musiksammlung haben. Das finde ich gut. Okay, wir müssen. Wir müssen, wir müssen. Wir müssen nach, oh Gott, nach da? Oh boy, das kann ja, ja gut, wir könnten uns dahin teleportieren, ne? Oh, warte mal. Mist. Schade. Aber ich würde sagen, bevor wir wirklich jetzt teleportieren, laufen wir einfach, also wir reiten da hin. Vielleicht finden wir unterwegs noch Interessantes. Ich muss nach da, oh Gott. Ich finde es immer schön, wenn die Kotte getreten ist und man nicht wirklich nachvollziehen kann, wo man landen muss. Oh, ich hier schon mal drin. Ah, guck mal, zack. Nice. Ähm, okay. Oh, Gott. Hallo. So. Nice. Okay, das wird interessant. Kann ich hier noch irgendwas sammeln? Gibt's ja noch? Nein. Gut, dann gehen wir halt hier runter, ne? Wenigstens etwas, wofür es sich lohnt. Sehr gut. Das mal sehen. So, Inventar für Gefängnisausbruch. Ein kurzes Inventar mit allem, was für einen im völkischen Gefängnisausbruch erforderlich ist. Nötige Werkzeuge, Hydro-Schraubenschlüssel, Schweißbrenner, Schutzbrille, Sicherheit muss sein, Kleidung zum Wechseln und Power-Schaufel. Okay. Das sieht aus wie, als ob man da was kaputt machen kann. Und Priorit? Sieht nach nachher ein Klumpenmaß. Ja, je mehr wir finden, umso besser kriegen wir dann die Musik zusammen. Kleidung und sowas ist jetzt, naja, kann man machen, ne? Bord, Haare, whatever. Oh, wow. Okay. Sobald wir hier raus sind, starte ich als erstes Doma Dendra einen Besuch ab. Hörst du das? Oh nein! Lauf! Schnell! Tod in der Dunkelheit. Als zwei Prospektoren versuchen, sie im Gefängnis auszubrechen, wurden sie in den dunklen Höhlen von aggressiven, gefräßigen Schlingeln attackiert. Die Gefangenen starten einen verzweifelten Ausfall, aber nur einer hat überlebt. Okay, schaffe ich das? Nein! Oh, wow, ich wollte gerade sagen, so, yeah, ich habe es geschafft, aber dann doch nicht. Nein! Nice. Neue Bonus-Slot erhalten, juhu! Kann man ja bald loslegen, ne? So, Shortcut activated, okay. Oh, wow, ähm... Was hast du? Okay. Nein, er war doch gerade... Da. Lass mich raten, noch mehr Schürf-Ausrüstung. Sucht auf Kobo eigentlich irgendjemand nicht nach Schrott? Nö. Schrott ist best. Oh nein. Hier ist irgendwas. Ich bin gespannt, was es ist. Oh, es ist wieder, okay. Los, das ist wieder, ich bin gespannt, was ich ihn verletzt. Oh, das ist wieder hier. Du hast einen Schürf-Ausrüstung. Und, ja, da ist ein Schürf-Ausrüstung. das hat aber auch zum sofortigen tot führt das ist schon schade ich weiß nicht wie ich das hier machen soll ok ok und jetzt ach ich muss dann nach oben alles okay ich verstehe ich hab's ja alles gut nein ja 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 Wow, 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 okay. Oh Gott, schnell, 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 ich weiß halt nicht, wie. Nein. Ach, schade. Ach, schade. So, aber wo muss ich denn? Ja, guck doch, das soll ich denn? Hä? Nein. Das ist herrlich. Nein, Kamera, Mann. So, okay. Was soll ich denn? So, okay, Konzentration. Also. Ah, okay. Nein, nein, oh. Okay, das war sick, aber leider nicht perfekt. Schade. Oh, okay. Oh. 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 Ich habe keine Ahnung, nein, was? Okay, okay, okay. Okay. Nein, habt ihr es gesehen? Kamera, perfekt. Okay. 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 Oh nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wo ich hin, ich weiß nicht, wo muss ich denn hin? Mann, ich will nicht, dass das Ding mich zerquetscht. Oder muss ich dann wieder zurück? Also, andersrum. Wieder. Okay. So. Okay. So. Zack. Falsche testen. Sehr gut. Okay. So. 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 Okay, noch zwei Versuche. Okay, das war für. Ja. Okay, das war für. Ja. Okay. Was ist das? ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig zack zack so muss ich jetzt wechseln weil jetzt kommt ja die das ok ich muss ich muss wenn ich ungefähr sehen könnte was ich machen muss nach oben ok jetzt wendet ich nein ich verdrück mich sterbe ja was soll ich denn guck mal wo muss ich hin ich habe jetzt nirgendwo einen haken gesehen wo ich mich ein haben könnte also anziehen so so ok jetzt habe ich mich so und jetzt wo muss ich hin das ist doch ein stückgewicht nee das ist der fall hä das ist doch der fall nein ok gut wir skywalker dankeschön aber wir lassen das komm sorry irgendwas stimmt noch nicht ja wir machen das später irgendwann wieder wir machen das wenn wir alles noch mal komplett ach guck mal da ist unser freund wenn wir noch mal alle gebiete abklappern am ende dann können wir noch mal in ruhe gucken was es da so gibt oder wie man das am besten macht lange nicht gesehen ach das ist hier ok das ist der verborgene fad den wir gefunden haben zu unserem haus natürlich und das war der weg den wir nicht weiter konnten weil genau dann guck mal hier nochmal und dann hören wir uns eine geschichte wieder an geschichtsstunde gibt es irgendetwas da gibt es nichts mehr das haben wir alles schon geholt anscheinend achso das war der ja toll klasse ok cool so wo hier ist er grüße ahoy captain was geht ist es hier unten nicht etwas dunkel zum angeln ein echter fischer braucht keine sonne um etwas zu sehen ein echter fischer sieht mit dem geist wirft einen blick mal hier drauf und tschüss stachliger hackenfisch gibt es hier unten irgendwas schönes für mich wir wissen es können hier auch koffer äh guck da ist eine kiste sehr schön ich bin gleich wieder da mein freund ich muss bloß gucken was hier noch schönes gilt bevor wir wieder sprechstunde haben ach gucke mal das ist doch das ist doch ein träumchen ne so muss das sein schön und natürlich ja wie kann es auch wie kann es auch anders sein aber gut zunächst jetzt nochmal mit ihm in ruhe reden so lass knacken äh quatschen was ist mit den piraten passiert da waren sie also vier quaren mit speeren bewaffnet und jeder wollte aus meinem kleinen weichen kopf einen kaminschmuck machen ich blickte zu meinem kapitän und der starte zurück und zädelte mit den armen wie ein goberfisch in der brunft in richtung der harbune in meiner hand für einen schwarzen augenblick wollte ich diese piraten quaren mit meiner harbune gegen die felsennageln aber etwas hielt mich davon ab den auslöser zu betätigen vielleicht war es das funkeln das meinen blick ablenkte das funkeln eines vorbeischwimmenden glumbregals was würden diese piraten von einer ganzen schule funkelnder glumbregale halten dachte ich also öffnet sich meinen mund rumpf 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 Erkannte ich, wie nah die wirkliche Gefahr war. Aber davon erzähle ich das nächste Mal. Ha, ha, ha. Okay, wie wäre es mit jetzt? Bist du jetzt reden? Nein, jetzt redet er nicht? Okay, cool. Dann haben wir uns das jetzt auch angehört. Freut mich. Die sehr gut sind. So, gab es hier noch irgendwas? Oh Gott, oh Gott, oh, oh. Ach so, klettern, ja. Ich hab's, ja. Es tut mir leid. Ähm, war ich hier schon mal? War ich hier schon mal unfreund? Ja, hier war ich schon, okay. Alles klar, gehen wir. Ja, gut, man kann ja, ne, Wege immer wieder neu laufen. Man weiß halt nie, was man noch entdeckt. Wenn man die Chance dazu hat. Ach, hier haben wir sie kennengelernt. Genau, hier haben wir sie gefunden. Das war die Kuh. Ja, okay, hier war das. Gut, also mehr haben wir hier nicht mehr, was nützlich wäre. Okay, dann können wir hier, ach guck mal. Ja, unsere Freunde. Hatte dir zwei schon Begegnungen? Das würden sie nicht wagen. Wir begegnen ohnehin kaum jemanden. Aber es ist furchtbar, was sie mit dem Außenposten gemacht haben. Ich hasse es, dass sie immer wieder unsere Schrotthaufen durchwühlen. Ich hasse es, dass sie immer schreien. Seit Monaten hattest du keinen Schönheitsschlaf mehr. Und dein letzter muss mindestens ein paar hundert Zyklen her sein. Bis dann. Weiten wir los. Nein, warte, warte, warte. Halt, nochmal runter. Nein, runter. Ich habe gesagt, runter. Ja, toll, dankeschön. Okay, jetzt kann es weitergehen. Wir haben Gespräche abgeschlossen. Es geht nach da. Da, 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 da. Irgendwo nach da. Okay. Okay, ich bin so halb richtig. Warum kriege ich Erfahrungspunkte? Weil ich habe doch gar nichts gemacht. Hä? Ach, stimmt, wir haben ja jetzt hier den Weg freigeschaltet. Stimmt. Und dann können wir von... Müsste theoretisch gehen, ne? Hallo, Freunde. Roger, roger. Roger, roger. Nein, falsche Taste. Gute Nacht. Ich finde es halt immer noch schade, dass ich die nicht befreien kann. Einfach ein schöner Lichtwurf und das Ding geht kaputt. Fertig. Aber nö. Wer nicht will. Ernsthaft. Okay. Ach ja, die gute alte Lava-Spalte gab es. Ist hier unten noch irgendwas Gutes? Nö, ne? Sind wir richtig? Ich glaube, ja. Wir müssen da und dann da. Aber passt schön. Hallo, mein fliegender Freund. Und tschüss, mein fliegender Freund. Super. juhu nein nein auftrieb auftrieb ja perfekt ach ja stimmt jetzt kommen wir ja ja geil das wird schön jetzt kriegen wir gleich wieder besuch von einem großen freund und da ist auch schon mein freund hallo mein freund wie geht es dir? bist du fit? ouch so jetzt kommen wir endlich dort moment warte mal lern mich überlegen ja doch okay passt ich habe gerade überlegt ob es vielleicht noch irgendwo einen ort gegeben hätte wo wir noch hin können bevor wir da durchgehen aber hier ist schon besser ich hoffe für sie es geht es gut ok ok ich sehe dich komme zu dir hast es geschafft hat man dich gesehen? mich? Unsinn womit haben wir es zu tun? siehst du den druiden irgendwo? irgendein wartungsgerüst könnte ein zugang sein eine bessere option sehe ich nicht zum luca halt geht es durch diesen sumpf für dich vielleicht willst du mitfahren bd? ok wenn du bereit bist mach dich zum gerüst auf ich pass auf verstanden so bleiben wenigstens die stiefel sauber was? ok kriege ich auch kriege ich auch ein jetpack kriege ich auch jetpack da müssen wir nur noch sie retten jo ob wir das schaffen werden na guck mal wir können wieder fliegen oh mein gott was ist das denn transporttruiden oder was? hallo mein fliegender freund ja ich hab dich auch lieb kaum vorstellbar dass irgendwas in diesem sumpf leben kann oh nein ich glaube unser freund hier kann zurecht wenn ich das schon höre dass da irgendwas lebt was großes siehst du was gewohnt Tompe? es sieht aus als wohnt hier jemand der mal gewohnt hat ja dann lass mal gucken ne lass mal besuch abstatten ok dropkick? ne erstmal aktiver ne nein schade was ist das deiner meinung nach wert? nichts ist es wert die raiders zu hintergehen und jetzt verzieh dich äh riskante geschäfte zwei prospektoren untersuchen den sumpf um herauszufinden ob sie teile des lockery hulk wirtschaften verkaufen konnten und riskieren dabei sich den zorn der raiders zuzuziehen ja das würd ich nicht unbedingt riskieren sehen wir uns das mal an oh hallo mach dir um mich keine sorgen ich komme schon klar aber wir müssen mein datenpad finden können wir dir nicht einfach ein neues besorgen? auf keinen fall mein ganzes leben ist auf diesem datenpad Servus Cal was machst du hier draußen? ich könnte dich dasselbe fragen ich bin hier auf der suche nach sie ja ich auch ahem und ich bin Winnie Eris Cal, richtig? wir haben uns gerade gelernt aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen was brauchst du? ich habe gehört im sumpf gäbe es einen vogel mit einem prächtigen federkleid aber als ich mir ein exemplar näher ansehen wollte schnappte es sich mein datenpad und flog weg wo ist er hin? sie haben ein nest auf einer felsnadel in der nähe ich würde gehen aber Winnie sagt ich muss bei ihr bleiben ja auf dieser nadel so nah und doch so fern ich werde tun was ich kann du leuchtest wie die Sterne ach das ist eine Redensart von Coruscant einfacher gesagt danke Cal ja bedank dich nicht viel Glück bei der suche nach dem datenpad Cal und pass auf dich auf diese gleiternisten weit oben bitte dieses datenpad enthält alle meine entwürfe und meine referenzdatenbank ohne müsste ich wieder bei null anfangen also noch mehr als ohnehin schon ok ok neuer aufgabe als ob ich nichts besseres zu tun hab ne äh ist das so ein kuh Moment oh vorwärts ähm was ist das? streunerjacke geil oh das sieht gut aus gut gemacht so äh was nein ich will ich will ich will das nein ich will mich jetzt verarschen ja ok dann gibt es halt keine Lesestunde ist das tot oder ist das nö das ist einfach nur sumpf mhm ok Alter das sieht schon schnieke aus so jetzt aber hastig verlassene Städte egal was prospektorien gemacht haben etwas war zu viel für sie entweder die Präsenz der Raiders oder der Sumpfteer diese Städte wurden jedenfalls verlassen offensichtlich in Eile ok oooh Sumpfgebiet ey Teergebiet nicht Sumpf sondern Teer da da ist das Shortcut ne ist einfach nur ein neuer Wegpunkt ne hast du schon mal auf einem so großen Schiff Kumpel? bei mir ist es lange her ich freue mich nicht drauf aber sie ist da drin wir werden nicht ohne sie gehen mhm aber anscheinend kriegen wir eine neue Fähigkeit dass wir dann später äh Dinge machen können schwerere Objekte ähm werfen also weg machen können ja guten Tag guten Tag jetzt haben wir eine abkürzung sehr gut so ok leute hi ich bin es der neue wenn es gut ist in dem ter keine kreatoren brennt sprich super ich muss meine mitte ich bin hier oder nicht let's go kommen wir noch mal reden okay Ah ja gehts gut. Oh gott Raiders. Versunkene Gap. Der Gap war der Hauptpanzer der Handelsföderation und später des Arsenals der Separatisten. Diese Exemplate doch in dem unsabgebigen Teer von Kubo zum Opfer gefallen. Ja Klonkriege. Oh ja die Zeit. Ich bin deine nichtbehandene Mutter. Oh Gott. Hallo Freunde. Nee. Lugger Tanks. Nachdem sie den Lugger Hull bezogen hatten, bauten die Battle Raiders an der unteren Außenkante ein provisorisches Dock um allerlei übel riechende und geheimnisvolle Waren von und zu ihrer neuen Basis transportieren zu können. Riechst du das auch BD? Irgendwelche Ideen Kerl? Kann ich da runter? Jo. Oh ich kann versinken. Nee. Vielleicht kann ich helfen. Nein du kannst mir nicht helfen. Ich werde versinken. Du kannst mir nicht helfen. Ich versinken. Was ist mit der Barke? Denkst du du kannst diese Kupplung zerstören? Finden wir es raus. Da. In Zweifel? Feuer frei. Was? Warum? Feuer frei. Hä? Wo? Hallo. Schalten wir sie aus. Seid ihr zwei okay? Gute Aktion. Das ist sofort. so nämlich gegner am boden ja gut fällt gar nicht aussehen also fällt absolut nicht aus weil sie glaubt dass er noch dem fahrt wirklich weiterhelfen kann alles klar aber seit sie hier ist nicht okay konzentrieren wir uns sie braucht uns sie braucht uns schaffe ich das ok ich bin mal auf die neppe in eintracht eingebrochen es war überhaupt nicht wie ein luke du weißt gar nicht warum ich das erwähnt kannst du das weg schaffen dankeschön dankeschön ich bin so gut man merke niemals das machen ja gut oder vielleicht doch machen aber nicht so wie es nein ok ganz ruhig zack zack ok das ist perfekt einfach von oben drunter springen anvisieren und fertig hallo ja und tschüss nice haben diese droiden gestritten das passiert kein wunder dass sie verloren haben komm schon weiter geht's boah ich dachte ich kann mich jetzt hier ran halten oh da oben ist ein schild oh nein ich sorge dafür dass die luft rein ist ja ja hast du mich vermisst bd das ist ein aufzug sieh dir das an was denn hast du in deiner zeit als schrottsammler mal ein luke halb zerlegt äh sprich über prager ja komm egal ein oder zwei viel mehr wie nach was ein guter freund von mir hat mal eine familie snittmäuse in einem heizungsrohr entdeckt snittmäuse kommen überall ja er hat sie mitgenommen und in seinem quartier geschmuggelt so so war er tut mir leid klingt als wäre ein guter freund gewesen ja das war er aber ein guter aber naja es muss weitergehen ne es muss kochen kann er der Latte das muss man ihm lassen ok kochen kann er hm ein Versuch ist es immer wert das stimmt allerdings da hast du recht Punkt ja ich weiß nicht was das heißt feiere guten tag schönen guten du hast dich erwischt nicht mit mir ok nein und schützt sehr gut was wollt ihr kommt zu ja 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 ich glaube schon geht weiter ich sehe mich um und sorge dafür dass wir keine überraschung und tiefer nicht wieder zu gestoßen dankeschön für die info aber wenn ich die sachen deaktivieren kann und das ganze dann geht es aber hier ja das höre ich öfters aber das gegenteil beweist es anders ok online timing timing und ich klettere an einem schrott reifen kriegsschiff hoch was wir in alten zeiten gute alte zeit dankeschön ja bestimmt nicht zu uns oh short cut short cut so freund grüße wer bist du du bist neuer weiter weiter ok 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 Gute Nacht, was? Wenn du nicht besseres zu tun hast, einfach alles zerstören. Fällt ihr nicht mehr auf. Boah, guck dir mal die Armee, Alter. So viele Kriegsdinger. Boah, Junge. Haben sie sich aber schön was angesammelt hier. Ähm. 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 Okay. Achso, hier. Nee, hä? Nee. Okay. Hm. Nee, warte mal. Ah, da war doch grad. Was ist das? Ui, ui, klatsch. Wie geht's nicht, Gott, Kumpel? Ach, da hin. Oder was? Ah, alles klar. Super. Okay, und jetzt? Nein. Wenn du denkst, du hast was gefunden, dann hängst du wieder da. Ach, da. Toll. Oder? Doch. Sehr gut. So, kann ich jetzt hier... Oh, nee, das war der Fallschiff. Das hält mich nicht aus. Schießt! Schade! Na! Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das werden wir rausfinden. Schade. Sehr gut. So. Ähm. Abkürzung freigeschaltet. Okay, das ist cool. Warte mal. Ne. Okay, okay, okay. Ich will mich erstmal... Ah, perfekt. Gut, dass ich nochmal gucken wollte. So, voll Strecker. Ach so, für die Waffe. Ähm. Zack. Hallo. Oh, geil. Grüße. Unantastbar. Ich werde mich dir nicht ergeben. Ja, ich weiß. Ah. 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 Du hast es. Es tut sofort. Ah. Keine Chance. Nicht ganz. nein nein okay okay Du hast Mut dich gegen uns zu stellen. Der Attacke! Du kannst uns nicht alle aufhalten! Jawoll, schon kapiss dich! Geh weg! Sehr schön! Alter! Augenblick! So, da bin ich wieder! Und weiter geht's! Runde 3! Okay. Du hast Mut dich gegen uns zu stellen! Ich werde dich brechen! Sehr gut! Schade! Okay! Sehr gut! So! Eingesammelt Hammers! Das ist perfekt! So! Kommt her! Wohin! Wer will! Wer will! Wer hat noch nicht! Shit! Ziel ist in der Defensive! Sie haben wir! Ich hebe! Nicht übel! Getötet! Hebe ich! Das ist geil nicht! Und Schütz! Sehr gut! So, mach du und ich! Er ist schnell! Ich werde nicht nachgeben. Luz. Wir werden Helden sein. Ich gebe niemals auf. Luzangriff. Er ist schnell. Ein Eindringling. Das muss bald sein. Komm weiter. Mann, Mann, Mann. Hä? Was ist hier? Oh. okay cool was okay cool abkürzung ich wollte sagen achtung jetzt kommt bestimmt gleich versperrt du bist sicher froh dass märin sich der crew angeschlossen hat ja es freut mich dass sie uns helfen will tenor zu finden das war das gespräch moment ja hörst du das und rüdiger ach komm scheiß drauf dass man die noch erlebt da kommt schon also episode 1 des grüßen das erste mal habe ich mit meinem meister während der klonkriege gegen droide kass gekämpft sag ich doch droide kass ja ich bin der staat er musste sie ausschalten ich wende er wäre stolz das hoffe ich guten alten droide kass wer kennt sie nicht noch so kann sagen ist der typ tut dann komm schon komm schon ach scheiße ich weiß nicht wovon du sprichst wie du meinst mhm ne ok ok oh sieht nicht gut aus ok sehen wir mal nach was wir hier haben ein turbo lift ist da drin der von dem ich denke dass das ist das muss ich mir genauer ansehen ja das ist sie wo fährt er hin zum kontrollturm dann ist das unser ziel ich sehe ein problem da unten was denn siehst du das wir haben schon schlimmeres gesehen sieh dir diese grps an ich habe einen plan ok ja 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 ich sehe es warte 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 ich mache etwas lärm locke sie weg du schleichst vorbei wir treffen uns wieder beim turbo lift was denkst du das ist riskant riskant haben wir längst hinter uns gelassen viel glück wir auch danke hau rein das schiff kann nicht fliegen aber an bord befindet sich ein angrefer der fahrzeuge eine armee die uns gehört bereit diesen planeten nach meinem verschollenen meister zu durchkämmen ich kann ok ursprünge des zwecks in dem neu beanspruchten lucry halk machen jupai und rave ist eine bestandsaufnahme der entdeckten armee um zu ermitteln welche ziele sie damit erreichen können das ist nicht genau so mit armeen und alles bestandsaufnahme was für ein signal ja schön dankeschön kollege schnürschuh ok nein ernsthaft schnürschuh let's go yeah geil uff 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 w uff 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 die so was hatten wir wir hatten das letzte mal unser schwert komplett gemacht genau das hier während du ein gegner magnet ist zurück genau das wollte ich keils maximal macht erhöht sich noch einmal gibt mir so viel macht wie ich brauche ist das das signal? ok da kommen wir nicht lang mit will ich da lang? ah ja gut bald werdet ihr einem neuen meister dienen der neue meister in dem verlassenen look wie hulk fand raves eine schlafende armee er musste sie nur umprogrammieren damit sie ihm dienen einfach nicht auf ne geht nicht auf schweih nach rein nutze die macht und öff reiß die türe einfach auf weißt du einfach aufbrechen hallo geht das? ne doch ok die dinger sind schon cool aber die halten halt nicht viel aus wenn der einmal das schild zerstört dann ist halt schicht im schacht ja natürlich habe ich das gespürt erschreckt mich doch nicht so ok ich kann den geschützt um nicht zerstören ja gut das war das war luke dauer dort wir müssen alles kaputt machen Und jetzt, um meine Arbeit zu testen, Droide. Autsch. Blick auf mein Werk Als Reels die Armee des Lucre Halk umprogrammiert hatte um ihn zu dienen wollte er prüfen, ob seine Arbeit wirklich erfolgreich gewesen war. Ra ra ra... Und sie war erfolgreich. Wer ist und hier ist überall... Alter, 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 Alter. Da machen ruhig. Ich kann das nicht... Leute, was will ich von mir? Geht her! Um, okay. Oh Gott, Hammerhead? Oh, was bist du denn? Ich gebe niemals auf. Ich sage, Hammerhead. Oh nein. Er ist getroffen. Ich brauche einen. Eine Wunde ist nur eine Wunde. Eine Wunde ist nur eine Wunde. Und tschüss. Betlem Schläger. Das ist einfach nur ein Schläger gewesen. Das war nix besonderes, nur ein Schläger. Gut, der Hammer war schon schön. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn vermissen werde. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Man weiß ja nie. Kann ich mich hier festmachen? Das sieht gut aus. Warum kann ich? Ich kann drüber laufen. Okay. 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 Nein, ich... Ach, Mann. Ganz ruhig. Hm. Warum kann ich da nochmal laufen? So, ich kann das auch auf. Okay. Ich kann das nicht. Wow. Das ist ein Hammer. Ich kann das nicht jetzt nicht mehr machen. Aber ich kann das nicht mal laufen. Ich kann das nicht mehr für mich. Okay. Das ist der Teil. Nein, ich drück immer die falsche. Ich kann mich aber auch nicht festhalten. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Also ich kann nicht... Wenn ich mich irgendwo festhalten könnte, dann würde ich ja sagen, jo, das funktioniert ja, aber hier funktioniert der gerade gar nichts. Das übersehe ich wieder. Wie immer, nichts Neues, ne? Übersehen, übersehen. Also das Ding fährt so. So, jetzt könnte ich quasi so. Nein, gut. Okay, wir warten jetzt hier. Und los. Ja, jetzt hängt der auch noch. Ich will, wo muss... Ah, okay, 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 ich hab's, ich hab's, okay, alles klar. Das ist ja bescheiden. Das ist ja schon wieder richtig mies. Oh mein Gott. Junge, lass mich schnell Shortcut finden. Hey, sieh dir das an. Hast du das irgendwie hochziehen? Nö. Ich hab' eine Idee. Okay. Was machen wir jetzt? Hilf mir bitte. Da! Ja. Nicht schlecht. Okay, sehr gut. Was sind das für Gebäude? Der Fachbegriff lautet Jurten. Wohnquartiere. Hab' sie auf Merrick 9 gesehen. So viele Jurten wie nirgends. Wohnquartiere? Dann sind wir ja mittendrin. Statt nur dabei. Jurten. Eine Jurte ist eine einfache Behausung, die überraschend komfortabel sein kann, obwohl sie eigentlich nur aus einer Leinwand auf tragendem Stang bestätigen. Nomadische Kultur auf dem Planet. Marek galt bei Enthusiasten für Jurten als Musterbeispiel dafür. têm... Hold' an! Geil! ностиstädingskановle... Oh nein, oh nein, oh nein, Kampf-Tree, der Action! Oh, hi! Oh, ja, genau. Autsch. Nein, er lebt noch. Verdammt, ich dachte, er hätte sich selbst getötet. Naja, nicht okay. Ich wurde in die Enge getrieben. Wo war jetzt die Abkürzung? Ah, perfekt. Nein, was? Mr. Sledgehammer ist wieder da. Gebt dir Mühe, Jedi! Soviel zum Thema, ob wir den jemals wiedersehen werden, ne? Nein, nein, ich hab doch den Shortcut aktiviert. Wo muss ich denn jetzt? Ich guck gleich nochmal, wo ich lang muss, eigentlich. Es tut mir leid, jetzt müssen wir die ganze Schoße nochmal machen, aber diesmal wissen wir ja, wohin. Okay, das ist einfach hier runter und dann, super, perfekt. Schade. 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 denn er schreckt mich nicht so wird es besser werden muss nicht schlecht für den einen ist es schrott für seine neue aufgabe erstellte rales eine armee von droiden und raiders und entledigte sich allen ohne nutzen für ihn andere hingegen sahen potenzial in den kaputten teilen die er zurück ließ vorstecker da will ich hin die raiders haben es sich jetzt ziemlich gemütlich battle raiders jute weil sie als droiden kampfschiffe konzipiert wurden waren fehlende kampfschiffe der lukri hulk klasse jegliche komfort da die battle raiders aber eine unterkunft brauchten errichteten sie im inneren des schiffs ein einfaches aber bewohnbares doof ich habe gesellschaften ließen nicht freundlich schade so gegen den will ich kämpfen hallo mein freund nein ernsthaft ich extra den weg hier hoch gegangen nun festzustellen wir brauchen platz zum leben häuser häuser sicher warst du nie auf marik 9 lag lag ist alles obwohl die lukri halt nicht dafür gebraucht war komfortive zu sein waren die raiders entschlossen ihn nicht nur zu kriegs wegen zu nutzen sie wollten es auch bequem haben Schade, nichts besonderes. Ja, ich weiß. Was? I don't know. Hey. Ouch, ouch. Stimpack, Stimpack. Danke. Junge. So Droidika. Feuer. Droidika? Droidika? Hallo hier bin ich. Hier bin ich. Wow. Kuckuck. Oh diese Droidikas. Wo? Was? Nein. Ah. Schockwelle. Schade. So langsam. Aua. Guter Flug. Guter Flug. Guter Flug meine ich. So gut wie erledigt. Dankeschön. Ist das eine Abkürzung? Ich glaube es ist eine Abkürzung. Ist das eine Abkürzung? Ist das eine Abkürzung? Ist das eine Abkürzung? Es ist keine Abkürzung. Ja das ist sehr nett von dir. Aber. Nein. Ich komme hier nicht lang. Jetzt ist keine Zeit zum Trödelkerl. Ja ja. Ist ja gut. Mensch. Machen ruhig. Schockwelle. Schockwelle. Einmal das ein. Schockwelle. Und das ist eine Abkürzung. O.O Hammerhead! Hammerhead and friends? Okay, very good. Hammerhead and friends. Hammerhead and friends. Hammerhead and friends. ich werde mich dir nicht ergeben ich glaube die mögen uns nicht kommst du da drauf dass wir fast rips sind meinst du deswegen was glaubst du wie diese anderen kommen ich werde das antagry dafür verantwortlich ist wenn sie sie zu dem bagdad an geschickt hat vielleicht mehr hinter dieser geschichte irgendwann will ich das da oben zerstören und die ganzen anderen sachen zerstören und dann können wir richtig loslegen ich plane nur von tag zu tag vielleicht irgendwas mit märin sie hat ihren weg ich habe meinen ja ich weiß hier die wollen sich nicht binden aber es ist wahr vergiss nur nicht wer du wirklich bist ja was meinst du damit vertrau auf dein herz wird nur schlimmer das leben ist wertvoll und das glück auch ich wünschte es wäre so einfach es ist so einfach wenn du eine zukunft mit märin sie ist akzeptiere sie verstehst mich ich kann nicht ich habe gestellte hier drüben noch ein stück ich suche einen anderen weg du findest den droiden und bleib am leben ja ich versuch ich versuch mit meinem letzten leben was ich noch habe mit meinen letzten prozent zahlen irgendwie noch am leben zu bleiben schon schief gehen dann kennt es nicht besonders einladen sehr dunkel hier und das bitte licht hat auf einmal jetzt sind die freundlich scheint freundlich zu sind noch also nicht in diese richtung alter herz gleich und abfahrt dagegen wird sie zerstören um zu bekommen was er will er ist besessen wir hätten sie nicht am außenposten zurück wir müssen sie zurückholen okay lockt uns hier jemand irgendwohin wo wir nicht hin sollten wow oh oh wow wow du bist Das ist Deckens Befehl. Das ist für mich. Okay, okay, okay. Also der Dude ist ein Generator. Ein Generator ist das, der regeneriert sich. Das ist interessant. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay. Oh, Halte gedrückt und dann X, um mit Schmettern die Geschütze zu zerstören. Geil. Geil. Ach, jetzt können wir... Oh mein Gott, jetzt können wir... Oh Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich muss meinen Geist frei machen. Wunderbar. Wir haben was Neues gelernt und ich würde sagen, das war eine weitere Folge. Let's Play Star Wars Jedi Survive. Wir sind gut von da, natürlich gestorben, aber hey, es gehört halt dazu. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Like da oder eben einen Kommentar. Oder gerne auch ein Abo, ne. Schön die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand der Dinge seid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und mal gucken, ob wir dann gegen Rayris kämpfen werden. Auf jeden Fall werden wir, wenn wir diesen Teil erledigt haben, einige Planeten nochmal besuchen. Ihr habt sie jetzt mitbekommen. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss.